große bühne für große sportler und die gaben alles bei der 15 ausgabe der show and dance gala des berliner turn und freizeitsport bundes btfb im theater am potsdamer platz und natürlich war dieses spektakel restlos ausverkauft gina martin moderatorin und vizepräsidentin des btfb zog schon vor dem großen finale eine positive bilanz ich finde unsere gruppen machen das ganz hervorragend das theater ist gut gefüllt und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich dass die letzte stunde auch noch gut klappen wird doch bei so einer gala steht natürlich nicht nur die sportliche leistung im vordergrund denn wenn die berliner turnfamilie sich trifft ist vor allem der spaß vorprogrammiert und so ließ es sich auch die vorzeigeturnerin michael tim nicht nehmen ihre alten heimat einen besuch abzustatten ja auf jeden fall also gestern ging es für uns noch in der bundesliga los da habe ich dann auch meinen alten trainer gesehen und meine alte trainingsgruppe und hier auch die ganzen mädchen die zu einem kommen und sagen oder die einen kennen und fragen wie es so läuft und so es ist echt als wenn man nach hause kommt 16 nominierte teams präsentierten alle facetten die das turnen zu bieten hat und auf so einer großen bühne tja da können auch schon mal die nerven flattern wir sind hier das erste mal auf so einer großen bühne und das ist dann noch krasser als wenn wir es in irgendeiner halle machen oder bei uns im training das ist schon sehr besonders ja und damit es auch so besonders bleibt fand das tanzt duett noch die zeit sich neue anregungen und ideen einzuholen also viele gruppen treffen wir auch bei anderen veranstaltungen es ist immer schön zu sehen wie die gruppen sich auch entwickeln das finde ich immer total cool und auch wenn man sagt guck mal das habe ich schon mal gesehen oder hey cool dieses teil das müssen wir unbedingt mal ausprobieren also das finde ich total cool der btfb feiert sich selbst und wir feiern mit auf die nächsten 15 jahre show and dance